herzlich willkommen meine freunde der sonne wir sind wieder mal zusammengekommen um uns eine reaction zur gemüte zu führen und es ist wie immer vielversprechender schmerz meine freunde soll alpha kevin hat nämlich eine zusammenfassung der östen beefs auf youtube deutschland oder im creative space so muss man wahrscheinlich sagen gemacht vom jahr 2023 skandale sind auch in begriffen da gehen wir rein das gucken uns an ich bin sehr gespannt ich habe sehr viel bock es geht schon los ja erstmal hoffe ich dass sie eine schöne weihnachtszeit hattet beziehungsweise ich hasse weihnachten das weise noch habt und anschließend bedanke ich mich auch erst mal für das jahr 2023 was dieses jahr alles so passiert ist das ist wirklich ziemlich crazy das war mit abstand das beste jahr für mich und crazy sind aber auch vor allem die beefs und skandale gewesen in diesem jahr weshalb ich die zahlen kassen bullshit revue passieren das wie auch schon im vergangenen jahr deshalb wichtig die ganzen beefs und skandale sind teilweise gar nicht mehr aktuell das bedeutet ihr braucht euch jetzt nicht mehr wirklich darüber aufregen und was passiert was macht alpha kevin wenn ich mich jetzt trotzdem noch mal neu aufregen was macht er dann das habe ich eigentlich doch das bedürfnis auch ein jahresrückblick zu machen und meine zahlen und solche geschichten zu zeigen so einfach nur um auch mal ich muss noch nicht muss ich muss noch ein video war ich wollte ich sowieso habe ich dieses jahr nicht mehr geschafft ach das wollte ich erzählt haben egal komm das ist nämlich das ding und es wäre jetzt nicht meine reaktion wenn ich nicht abschweife und stundenlang über andere themen rede ne ihr kennt es ja von mir so und die leute die auf youtube verrückt genug sind die reaktion sich anzugucken so die die erwarten das ja auch dass ich so ein bisschen abgelenkt von anderen themen rede und zwar will alpha kevin das hier ja schon anspricht ich muss und ich wollte auf jeden fall auch einen rückblick machen einmal aufzeigen so was so auf meinem kanal kanälen so ab ging und dementsprechend welches auch machen müssen und explizit muss ich mich hier an dieser situation wenn er mich hier schon daran erinnert bei euch allen bedanken ohne witz ich habe vor einem jahr und ein paar zerquetschten monaten angefangen auf youtube und auf twitch zu streamen und seitdem ist so viel in meinem leben passiert so unglaublich viel meine mentale gesundheit ist von nicht existent zu regelmäßiger gast geworden mein selbstwert leute ich tanze auf den dächern gefühlt so also nicht mehr überhöht wie ganz früher nicht mehr ganz auf dem boden nicht mehr ganz unterm boden wie danach sondern mittlerweile ich fühle mich schon fast wie ein gesunder mensch deswegen ist es halt einfach alles ich hätte nicht gedacht dass man irgendwann mal in einer situation sein könnte um davon träumen zu können so was vollzeit zu machen deswegen ich kann mich da an der stelle auf jeden fall nur mal bei euch bedanken dieses jahr war eine absolute reise aus wohlvollzonen sind man ist man raus gegangen und so weiter ich will nicht so weit vorgreifen deswegen einmal nur kurz das war krass und vielen vielen dank an alle die dabei waren so und an alle die eventuell noch kommen mögen dabei sind weil das ist diese reise diese community ne es ist zu krass es ist zu krass so und jetzt habe ich schon wieder genug um den heißen breit herum geredet und die derweil zwei jahres es kam grad und da muss man es ansprechen bevor ich wieder vergesse ich werde auch mal ausführlicher in dem video in einem eigenen video wahrscheinlich nächste wache irgendwann wenn das ja vorbei ist darüber sprechen noch rückblick sein um das alles mal zu verdauen genauso wie ihr den neuen pistazien geschmack von es verdauen könnt das ganze ist der oberfekt weihnachtlich und als milkshake rausgekommen und glaubt mir leute es gibt kaum geschmack zu genau dieser jahre ist bei wobei pistazien schmeckt ganz geil würde ich aber nicht trinken muss ich ehrlich gestehen das ist man man ist es stehe ich nicht nüsse trinken das ergibt für mich keinen sinn da alle welche dieses jahr 2023 regelrecht geprägt haben erinnert ihr warum maestro versus neues das kommt ein youtube ist das mein youtube oder ist das das video nein der leckt nicht lange her aber am 24 april diesen jahres lud tatsächlich maestro ein zerstörungsvideo gegen moiz hoch und holy shit was dort alles gesagt wurde ist wirklich sick das kann man nicht alles zusammenfassen wenn es so meinte maestro ok jetzt lasse ich gleich aus wir haben eine technische schwierigkeiten sekunde es kann ja schon wieder nicht sein es kann ja schon wieder nicht sein einmal mit profis wieso kann nie mal dinge einfach funktionieren wieso wieso geht es nicht diese können dinge nicht einfach mal nahtlos funktionieren ich hasse das schließen wir ein browser wieder 10 von 10 cover aber was ist einen wunderschönen guten abend moin einfach party moin moin mein browser ist ja ich weiß ich habe doch selber schuld hat das ist minute 46 wir aktualisieren einfach mal und hoffen dass es sich jetzt erledigt koko fresh gerade an mich gedacht das ist nie gut an mich denken ist immer ein halber halb trauen sie können jetzt nicht so dass er mit mois zusammen den kanal mois hochziehen möchte deshalb kündigt er ich glaube ich glaube wir haben die technische schwierigkeiten überwunden ich bin unfähig er ist sogar seine beamtenstelle beim finanzamt und ausgemacht hatten die beiden anfangs dass sie sich 50 50 ins finanzielle rein teilen ich habe meine beamtenstellung das ist wirklich so doll ne jetzt daran denke ich gerade wieder das ist wirklich so doll er hat eine eine der sichersten anstellungen in unserem land aufgegeben um zusammen mit mois der wohl narzisstischen mensch dieses planeten den business aufzubauen und würde er nicht so los der text manchmal raus von würde mir wird neben apel hat ja das ist eine harte konkurrenz auf jeden fall wird mal jetzt und ich es andauernd so harte harte text raushauen so wird er mir sogar noch stück für doll leid tun so aber generell gehört man das natürlich niemandem sondern das hat wahrscheinlich echt super viel stress drama und ärger produziert wobei wir ja auch von vielem zeuge waren also der bief war der bief war saftig also dass das war das war doll das hätte auch keine ahnung also ich fand mois immer unangenehm aber ich finde generell red talk an der stelle ich finde generell dieses hey obdachlose person ich gebe dir geld und film dich dabei wie ich dir geld gebe jetzt fühlst du dich besser und ich habe mich mit deinem leid bereichern weil ich der samariter bin ich fand die art von content immer immer komisch und habe menschen komisch gefunden die sowas machen weil es ist gut wenn man gibt finde ich ganz finde ich super aber in der richtung in der richtung ist es halt irgendwie versuchst halt mit deiner wohltätigkeit dich als wohltäter zu inszenieren und das nicht im sinne von im sinne ich werbe für eine sache sondern ich 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 bin der netz finde ich nicht gut finde ich nicht gut so das machen meist leute die was die ja irgendwie was zu verbergen haben oder eine größere bevölkerungszahl ganz viele menschen jemand wie mr b zum beispiel der millionen follower so davon überzeugen wollen dass sein erfolg gerechtfertigt ist so so kann ich mir das nur aber ich verstehe nicht warum man also es gibt ja genug menschen geben und die sagen auch dass sie geben die zeigen auch hier kommt mal so und so viel habe ich gegeben alles gut so aber daraus halt content machen das als geschäftsmodell machen zu geben und dann das ist halt es gibt mir halt so ein bisschen so komische weiß ich mag das nicht aber dieses tut gut ist und spricht darüber alles gut finde ich okay so aber tut gut ist und lass sich dabei ablichten und inszenieren das ist halt irgendwie das der schritt zu weit das machen halt meiner meinung nach nur selbst verschausteller und ganz viele in anführungsstrichen narzissten die halt externe validierung brauchen um sich zu fühlen so die hauen da eventuell auch in diese kerbe ohne jetzt leute wieder fern zu diagnostizieren was ich meine deswegen ist das automatisch ja aufgegeben so weil wir ja diese firma haben jetzt 50 50 und habt ihr voll drin vertraut nachdem ich überredet worden bin ich habe diese kosten das jenes guten abend ich kann jetzt nicht 10.000 euro geben wenn der kanal 20 verdient du kann dafür dass du kattest ich wurde auf katten degradiert meine anteil war ihm dann doch vor allen dingen vor allen dingen auf katten degradiert so ey wenn du halt alle videos kattest so ne und du mit das mit deinem brät zusammen macht so dann bist du halt partner und dann also ich würde halt behaupten dass das mit also katten ist halt letztendlich sogar noch mehr arbeit ich setze mich hier ich setze mich hier hin wenn ich meine video schneide dann ist das aufnehmen weil ich auch die skripte ich mache mir im vorfeld grob gedanken so dann fange ich an und spreche und wenn ich wenn ich die text nicht fühle dann entweder zerkatte ich die oder ich nehme sie neu auf so aber das aufnehmen ist das leichteste das mache ich in einer halben stunde so eine halbe stunde video nehme ich in einer halben stunde 45 minuten auf das schwierige der wirkliche aufwand dahinter ist das cutten für den 15 das video heute das sind irgendwie 16 minuten oder sowas vier stunden das video zu ttec neun stunden am stück ich habe nichts gemacht ich habe wieder gegessen wieder wieder einkaufen ich habe alles vernachlässigt so neun stunden am stück und davon von den neun stunden waren 45 minuten 50 minuten aufnehmen das ist halt also ja ich kann dir nicht die hälfte geben du machst doch 90 prozent der arbeit also das aufnehmen ist halt wirklich das leichteste vor allen dingen ich finde das aufnehmen so unangenehm weil ich dann in meinen ja bruder aber das ist ganz ehrlich wenn der charme erstmal weg ist so wenn du es oft und lang genug gemacht hast so dann ist das wirklich ein no brainer für mich ist das wie stream ich setze mich hier und spreche über ein thema über das was ich sprechen möchte das ist kein aufwand keine arbeit am anfang klar verstehe ich völlig war super unangenehm und eklig so aber sobald diese hürde überwunden ist ist das halt keine arbeit mehr vor allen dingen wenn du keine skripte schreibst weil dann ist natürlich die arbeit das skript schreiben und das dann nur noch vorzulesen authentisch so das ist halt nicht so viel arbeit wie das cutten ja und vor allen dingen wenn du halt im cut sogar noch recherchieren musst und solche geschichten das ist halt finde ich schade dass man das so das ist halt eine eigene kunst so ne das macht halt das video überhaupt erst rund und trennt tiefbräufe und walzen deswegen das zu degradieren das ist halt schade ich meine man sieht es ja auch bei mir so und vergleiche mal meine videos mit der von keine ahnung kaiser da liegen einfach dimensionen zwischen so deswegen so was klein zu reden ist halt ne oder render fehler oder sowas so ja aber das ist halt ne finde ich halt schade wenn man das halt so klein redet so man muss dann einfach auch mal ein bisschen lieber an die karte raus geben so viel wert wie er damals als er diese firma noch gebraucht hat ist immer gesagt habe ich gesehen und meinte zu mir dann als gegenangebot er kann mir 2000 euro im monat geben dass ich karte und das war für mich ein disrespekt also die beiden machten anfangs einen 50 50 share aus als mois aber bemerkte dass er mit den kanal wirft 2 20k ab und mois mois gibt ihm zwei also zehn prozent davon und dann darfst du davon noch 50 prozent an den an fahrer start abgeben um 40 oder so äh das ist schon wild das ist schon wild da kannst du auch wieder zurück da kannst du halt auch schon wieder zurück ne als Beamter für die davon das doppelt oder nicht Finanzamt und du bist halt dein Leben lang abgesichert so als Beamter das ist halt völlig verhältnislos verdienst das Zehnfache bekommst ein Zehntel davon darfst aber trotzdem die volle Arbeit machen das ist halt einfach das ist halt frech den kanal ja unglaublich viel geld verdienen kann hat er maestro einfach nur noch 2000 euro angeboten das ist wirklich absolut bodenlos wenn man in betracht zieht was maestro alles für mois getan hat dann ging es noch darum dass mois nicht mal bei der hochzeit von maestro erschienen ist der grund dafür war beispielsweise dass mois meinte er wollte ihm dort nicht die schau stehlen und er wollte halt auch noch in der zeit video das ist das ist also das ist halt dieses ich ich wollte auch nicht auf der hochzeit auf so juckt juckt so juckt niemanden oder würde mich nicht jucken wäre also so ja bruder wir sind anscheinend doch nicht so close so ne würde mich jetzt nicht so krass jucken dass ich jemandem öffentlich vorwerfen würde der Beilsatz aber ja ich will dir auf deine hochzeit nicht die show stellen deswegen war ich nicht da so das zeichnet halt ein ganz klares bild von einer person das zeichnet da war abs was was denkt denn was denkt er denn wer er ist dass er da irgendwie keine ahnung auf auf die bühne kommt und alle leute die alle frauen werden sofort ne und alle männer eifersüchtig und wollen hauen und so also was was das ist ne hochzeit alter und kein roter teppich das ist so komisch also diese denke ist schon so komisch einfach ja keine ahnung verstehe ich nicht verstehe ich wirklich nicht ganz lost deswegen hat er einfach keine zeit also der ganze umgang zwischen mois und maestro war wirklich super schwierig gewesen während maestro also wirklich alles für diese freundschaft getan hat obwohl er immer wieder von mois enttäuscht wurde hat mois ihn trotzdem weiterhin immer wieder im stich gelassen und maestro sogar in einem song mit san diego gedisst weil ja maestro in der vergangenheit nicht so viele streaming zahlen erreicht hatte also nachdem was maestro alles für mois getan hat dann das ding ist ne warum der dis warum der dis die hatten ja öffentlich kein beef oder also warum frontet er dann seinen ehemaligen besten freund den engsten partner warum das ergibt gar keinen sinn das ist so als würde ich jetzt einfach so out of nowhere anfangen gegen das nero zu schießen einfach so weil haha jihihaha warum warum so missgünstig äh also das ergibt das ergibt gar keinen sinn außer er zuerst also maestro zuerst gegen ihn geschossen so dann würde ich das noch irgendwo irgendwo verstehen aber auch das wäre halt ein super low energy so rapper halt ja das ist unnötig so gedisst zu werden in einem track das ist schon hardcore respektlos und deshalb gab es vermutlich dann auch genau dieses vernichtungsvideo gegen mois und das komplette zu in diesem fall gibt es auch fast keine youtube videos mehr von mois stattdessen ist er mittlerweile einfach nur noch auf instagram und tiktok aktiv der nächste skandal könnte dümmer fast nicht sein und zwar wurde anfang mai bekannt dass julian zitlo einen ganz wilden trip ah san diego und maestro beef hat sich sozusagen weiter rüber geschlappt so ah okay trotzdem lust man einfach mal eben also ja ist trotzdem lust in thailand fährt während man am anfang nur hoffte dass der typ einfach nur einen urlaub macht und einfach eine auszeit von seiner familie braucht hat sich gezeigt dass er einfach nur von seiner familie weg wollte um einer sektenartigen gruppieren zu folgen und natürlich seinen highest excitement er lud dann außerdem von dort aus stories hoch bei welchen man dachte dass der typ die droge in person sei so machte er post wie you are my drug except of emma just kidding not ja 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 wärs cringe das ist als 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 wäre er 21 und hat zum ersten mal irgendwas genascht so bro bro jetzt komm mal bitte runter so ne du bist mitte 30 alles gut so chill mal jetzt also ach so ja das ist das ist unangenehm man genau natürlich kein emma beim lieben julian zitlo außerdem postete er beiträge so als würde er von der matrix attackiert werden und so ein quatsch außerdem lud er auch stories hoch wie er mit einer anderen die ganze zeit rummachte und das wären seine ehefrau und vermutlich auch die töchter wobei die sind zu jung aber die hätten theoretisch warum leckt das bild warum warum was tust du internetverbindung am mucken oder was ist da los ne die ist eigentlich stabil ne 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 kein held gegen 21 sondern eher also wir waren ja alle mal jung wir waren ja alle mal jung das ist ja genau das ding wir waren ja alle mal jung das ding der herr zitlo verhält sich halt so mit mitte 30 als wäre er jetzt zum ersten mal jung und feld ach weiß ich nicht also solche posts hätte ich halt mit anfang 20 rausgehauen so auch nicht wirklich äh dafür war ich nicht cool genug damals aber es ist halt einfach super weiß ich nicht es ist super unangenehm so weiß nicht ich will jetzt auch nicht da die familie mit reinziehen so aber es ist halt super unangenehm im internet da irgendwie so so ein ein und weiß ich nicht so redig dabei komplett zusehen könnt denn er loot das halt alles auf instagram hoch später meint er noch ok irgendwas ist mit meinem fucking browser mal wieder meint er noch dass ihm seine ehefrau ja auch gar nicht gut tat und er sich immer mehr oder weniger unterdrückt gefühlt hatte und bla 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 was er sonst noch alles so für einen scheiß erzählte jetzt ist er aber ein richtiger mann er weiß was er möchte er ist endlich frei und das ding ist das ding ist natürlich kann er sich unterdrückt gefühlt haben in seiner ehe so ne das geht ja auch gar nicht darum sondern eher darum wie er mit der im nachhinein erlebten unterdrückung umgeht das war halt super kindisch wie er damit umgegangen ist wie so ein rebellierendes kind das zum ersten mal alleine draußen spielen darf ohne dass mami und der die zuguckt so deswegen das ist halt cringe soll er halt sein leben also ja weiß ich nicht fand ich halt sehr unangenehm muss ich gestehen kann nun endlich seinem heiß excitement folgen junge keine ahnung wie das alles passieren konnte aber ich glaube julian ziedlow hat dieses jahr die krasseste wandlung gemacht die ein mensch je machen konnte keiner ist wirklich so geworden wie er und das respektiere ich an der stelle am 25 niemand sollte so werden wie er das das also das ist jetzt kein flex so würde ich sagen also weiß ich es ist völlig okay seine ziele und träume zu ändern im laufe seines lebens so und andere prioritäten sich selber zum beispiel mal mal ne aber das das wie und diese glorifizierung von offensichtlich schädlichen substanzen weiß ich alles nicht finde ich alles nicht so dolle so ja konsumiert hat euren scheiß lasst mich damit ruhe und vor allem glorifiziert es nicht so konsumiert mit vorsicht mit bedacht mit bewusstsein so und dann bin ich der letzte der sagt nein 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 du bist ein schlechter mensch mit du so aber das war ja alles nicht zu beobachten und alle anderen waren sie falsch nur er und er ist der einzig freie der einzig wahre und so das ist das ist unangenehm das ist halt diese sekten shit so beschuldigte shelby lind den frontssänger til lindemann dass sie von ihm womöglich missbraucht wurde sie sei mit blauen flecken nach einer after show party aufgewacht und kann sich auch nicht mehr wirklich an die nacht erinnern sie ging davon aus dass sie wahrscheinlich wobei halt moment also das kommt schon wieder so ewig lang her vor ne dieser ganze rammelstein thematik so aber wenn ich mich recht erinnere und ich habe damals auch ein video zu der thematik gemacht gehabt hat sie sich nicht daran erinnert dass er sich dass sie sich dass er sich an ihr vergriffen haben soll sondern dass sie dass ihr generell an dem abend was passiert sein soll so und dass er anscheinend ihr was ins getränk getan haben soll das war das hat sie ihm vorgeworfen so war das irgendwie die richtung aber ja nicht dass er irgendwas da war das war irgendwie sie wollte eingeladen in diese diese box da an diese fuckbox in der ding ist und das da hat da hat das hat sie abgeblockt das wollte sie nicht und til lindemann soll dann nach ihren worten wütend geworden sein und dann gegangen sein so aber eine wirkliche interaktion mit ihm und ihr soll es weiterhin nicht gegeben haben deswegen das glaube ich war anders als es hier in dem ersten satz von alpha kevin dargestellt wurde aber ja letztendlich ja sollten wir und das war mir ganz wichtig ganz in der thematik war mir das ganz wichtig sollten wir eigentlich darüber gesprochen haben und das haben wir zu wenig über das machtverhältnis das machtgefälle zwischen groupies und stars und vor allem wenn diese jünger sind so und das fand ich halt sehr sehr problematisch nein sie konnte sich nicht erinnern was passiert ist ja genau aber sie hat explizit in dem statement in dem pressestatement hat sie explizit ausgeschlossen dass til lindemann sie in irgendeiner weise angegangen sein soll das hat sie explizit ausgeschlossen weil die ja auch dagegen vorgegangen sind im nachhinein also sie hat im vorfeld nochmal zurückgerudert im interview mit der polizei in wilnius also ab einem punkt hast dass die box da war so wie du erklärt hast genau aber im vorfeld soll da nichts noch das merkwürdige cast so das ist halt alles komisch oder muss man da müssen wir halt also mir persönlich ist letztendlich auch dieser ganze fall dieser personenbezogene fall um lindem ist mir wirklich scheiß egal der mensch ist mir wirklich egal es geht um diese um diese handhabe dass das a in der branche normal ist und das b es mehrere menschen gibt die das erlebt das finde ich komisch also wenn ich wenn ich eine tochter hätte oder eine junge schwester keine wirklich kleine junge schwester hätte und die wird mir erzählen dass eine fremde frau sie anschreibt und ihr über sie dazu überreden würde eventuell doch die backstage bereich und sowas und dann triffst du also sobald du nicht es ist nee da habe ich bauchschmerzen bei sorry da werde ich halt protective so ist ich finde das alles komisch ich finde das ganz 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 komisch so und vor allem wenn die leute unglaublich viel älter und mächtiger sind so digga nee ich finde das komplett unangenehm so und ob das jetzt an ihm eine person ausgetragen werden muss oder ist das ist mir wirklich echt egal es geht nur darum dieses machtgefälle das gilt es zu hinterfragen so wenn wir die also es ist es ist nee riesig nicht neun von zehn fällen geht es super gut so und dann hast du einen star der halt maximal schwierig ist und da geht es nicht gut und dann fragt man sich obwohl es gelegen deswegen das muss allgemein ich finde die gesellschaftliche akzeptanz gegenüber solchen ja ja gruppe die machen soll das ich finde dieses jahr wurde schon so gemacht dieses jahr macht man das ist das ist das ich finde diese mentalität komisch das darf man schon unterfragen meiner meinung nach so und ob man das mit dem finger zeigen auf eine person so das nicht unbedingt zweckführend das geht um das allgemeine und das ist ja kein einzelfall oder diese die dem causa rammstein ist ja kein einzelfall es gibt ja unglaublich viele bands wo das so ist und dass das halt so normalisiert ist und dass wenn leute tatsächlich was traumatisiert ist oder was andere gefühle oder was weiß ich was haben dann nicht mehr wollen oder sich da nicht mehr wohlfühlen dann daran sich dazu aussprechen dass sie von ihrem eigenen management oder von anderen leuten oder so was dann öffentlich diskreditiert diffamiert angegangen werden ich finde das nicht gut dann muss man da muss man offen drüber sprechen können so ja wenn du wenn du als individuum sagst so ey ich hab da richtig bock drauf so ich möchte das mein ganzes leben so ja ich verbiete das nicht so ist mir egal dann lass dich reden so alles cool alles cool so aber sobald da eine person ist sagst du ah ich fühle mich jetzt nicht mehr so wohl dabei und fühlst du dann doch irgendwie weil man denn in der situation ist und das tausend andere leute und kannst du hast nicht das gefühl dass du dein konzent dann wieder zurückziehen kannst so da bin ich halt so nee das kann es nicht sein das kann es nicht sein das ist halt also unabhängig davon ob das jetzt eine person mit viel status und macht ist oder sowas oder mensch wie du und ich so konsent sollte man zu jedem zeitpunkt nehmen wird wieder zurückziehen können so und das ist geschlechterunabhängig also wenn man als kerl kein bock hat sondern sollte man auch sagen können ich habe es nicht ich will jetzt nicht mehr und das sollte sich dann nichts anhören müssen als frau genauso und das ist unabhängig davon ob man reich schön musiker schauspieler was weiß ich was ist als der mächtige in der konstellation so wenn dann sozial oder machtskosten schwächer gestellte person sagt so ich kann das ich will nicht ich fühle mich unwohl dann so dann hat sich das aufzulösen und mein problem da ich habe nicht das gefühl dass das in der thematik möglich war oder in irgendeiner weise berücksichtigt wurde sondern es ist direkt ja aber die wollen ja und weil sie es mal wollten wollte ich die ganze zeit und es wird halt zu undifferenziert dazu ne ich will sie nicht ne deswegen ist es wichtig dass wir darüber sprechen ob das diese debatte um rammstein herum jetzt das zünglein an der waage ist oder nicht so das will ich jetzt gar nicht behaupten so aber es ist halt wichtig dass wir als gesellschaft mit dem mit diesem konstrukt auseinandersetzen dieses machtgefälle zwischen star und groupie so meiner meinung nach ja soll ich jetzt schon echter konsent nochmal richtiger als sowieso schon ja ja die zeigen halt auf wie wichtig konsent ist wenn eigentlich k.o. tropfen bekam nach dem ganzen vorfall und der extrem medialen aufmerksamkeit veröffentlichte die deutsche youtuberin kyla schaix ebenfalls ein video mit ähnlichen erfahrungen in bezug auf solchen aftershow partys auch anonyme frauen bestätigten dass es gewisse aftershow partys gab bei welchen extra junge damen rekrutiert worden seien dafür sei sogar mehr oder weniger eine frau angestellt gewesen die diese damen rekrutiert hat das ganze system schien also sehr durchdacht gewesen ja und da dieses dieses machtgefälle groupie verhältnisse ausnutzen so apu red zum beispiel ist das beste beispiel der nutzt halt die parasoziale beziehung von von sich zu seinen fans aus um halt da zu schnackseln so und das ist halt gerade wenn die halt so super jung sind so 16 oder so was so dann dann ist das ich mein ja du bist sexuell selbstbestimmt mit 16 du darfst das du darfst das meine sorge ist halt nur dass ich das eventuell ne weil du halt geblendet bist als in dem alter von dem famous dass man sich dann da zu dingen genötigt fühlt latent weil man hat diese einzigartige situation mit deinem idol dann ne und so du dinge gedrückt fühlst so weil du die situation nutzen möchtest ne weil du davon geträumt hast so die du eigentlich nicht machen wollen würdest halt mit anderen menschen oder generell die nicht dir zustehen die nicht dir zusagen so und dass ich das jahre später einholte wenn man das im vorfeld weiß als gesellschaft das weiß auch wenn das individuum das noch nicht weiß und das noch zu lernen hat weil es noch zu jung ist so nur weil du sexuell selbstbestimmt bist heißt es ja nicht dass du sexuell erfahrend bist das kommt ja mit dem mit den jahren ne wir alle haben ja bestimmt schon dinge getan sexuell gesehen so die uns ein bisschen traumatisiert haben Leute passt aus da drauf und dementsprechend würde ich halt behaupten dass man halt gewisse gewisse erfahrungen muss nicht jeder automatisch sammeln sondern man kann als gesellschaft auch einfach voneinander voneinander lernen so oder nicht oder nicht so und das auszunutzen die sind so jung und unerfahren und die verehren vergöttern mich so es ist so das ist eklig und das kann man auch aussprechen meiner das ist vielleicht nicht illegal und das sollte nicht der anspruch sein es ist aber auch nicht richtig wenn ich doppelt so alt bin wie jemand so und doppelt so viel weiß und mich auf eine gewisse weise behalten kann dass diese person weil ich weiß wie sie person tickt weil doppelt so alt und das ist ein nährboden für manipulation das kann man ja wohl kritisieren in dieser ganzen redpill bubble ist das leider so dass die wie keine ahnung beobachte ich in amerika zum beispiel ich hab so oft talk von irgendwelchen redpill amerika dude grifter and rotate hanneses die dann so sagen so ja ältere frau also jüngere frau ist ja die beste so bis 19 am beliebsten und sowas und selber sind die mitte 30 und dann denk mir so bruder hör auf zu reden am liebsten würdest du dir doch unter 15 oder nicht sind doch richtig schön farben so das ist so eklig ich find das so gruselig und in diesen bubbles ist das teilweise komplett normalisiert dieses denk diese denke so ja schön jugend forscht so ach ... ... Jedoch wurden die ermittlungen mittlerweile eingestellt da man nicht beweisen konnte dass der lindemann wirklich sowas getan hat der mediale aufschrei war aber wirklich unfassbar groß da es wirklich viele unterschiedliche menschen gab die von ähnlichen erfahrungen sprachen da ich jetzt dieses fass aber nicht weiter aufmachen möchte bleibt es einfach bei dieser kurzen zusammen die leute sind schon mit fackeln und missgabel auf dem weg zu alpha kevis kommentarsektion es ist es ist alle auch einfach ne sagst es ist es ist ja ... ... ja das ist richtig das ist äh das ist äh Amerika äh die anwälte spitzen schon die stifte so ja wie gesagt das geht ja halt hier nicht um lindemann und das sollte sollte nicht um lindemann gehen sondern um die allgemeine debatte so weil selbst wenn es so wäre ne und man den lindemann abgesägt hätte dann würde das ja flächendeckend das problem von machtgefällen diese konstellation zwischen groupie und fan groupie und äh und äh idol nicht ändern und das muss doch der anspruch sein dass man da als gesellschaft einen gesünderen einen sichereren umgang findet deswegen es ist halt ... und da wurden ja auch super schnell super viele leute abgemahnt und alles so ne wenn man da halt einfach mal ein falsches wort sagt das schadet der sache ja man kommt in der sache nicht voran ... ... ich denke der fall ist noch viel viel größer als das was ich auch nur im ansatz sagen könnte doch was ich denn noch einige bei der ganzen situation rausgenommen haben war richtig richtig ... 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 trains ... ... ... ... ... Generelle Faustregel, wenn Maximilian Pütz, egal worum es geht, dir recht gibt, löscht deinen Kanal, du bist auf dem falschen Weg. Wenn er sagt, dass die Sonne am Himmel blau ist, dann muss sie was anderes sein. Wenn er plötzlich meint, dass Brillentragen gut für deine Augen ist, dann höre ich auf, Brillen zu tragen. Ich trage keine Brille, aber der Kerl, von dem Kerl kommt nur Blödsinn. Nur Blödsinn. Faustregel ist, was der sagt, das kann nicht wahr sein. Und um Gottes Willen. ...wurden vermutlich Betroffene wirklich extrem beleidigt und das von stellenweise erwachsenen YouTubern. Aber gut, Maximilian Pütz, der ist ja auch halbrieche, der darf das natürlich nicht. By the way, das ist ein Insider, das muss nicht jeder verstehen. Am 4. Juli lud Skiros ein Video hoch mit dem Titel Die Wahrheit über Shuyokas Anschuldigungen. Dabei ging es darum, dass Shuyoka behauptet... Here we go again. Here we go again. ...hauptet habe, dass sie damals unter anderem von Skiros belästigt worden sei. Später meinte sie dann auch, er habe sie extra in den Ausschnitt gefilmt. Da geht es nicht primär nur um die Dinge, die... Wieso leckt das jetzt schon wieder? Ey, ich kotze hier noch einen weg, ne? Ich kotze hier noch einen weg. Warum, YouTube? Was tue ich dir? Vielleicht... Was habe ich dir getan, YouTube? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Shuyoka und es fängt an zu lenken. Ja, vorher war es völlig flüssig so und jetzt kommt... Ich weiß es nicht. Neuladen? Ey, ich lade die ganze Zeit neu. Die ganze Zeit schon. Sondern es ging um das Verhalten davor, inklusive dem gesamten Twitter-Verlauf von Skiros. Und es ist echt nicht schwer, die nachzuschauen. Indem er ganz offen transfeindliche, queerfeindliche und frauenfeindliche Dinge sagt. Inklusive diverser Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen, zur Belästigung von irgendwelchen Influencerinnen, inklusive mir auf der... Davon haben wir halt nichts gesehen, so ne? Ich persönlich hab nichts davon gesehen gehabt, aber ich will mich da jetzt auch gar nicht groß zu äußern, sondern weil dann kommen wir jetzt nur wieder in diese schreckliche Debatte. Oh, no. Ich hab keinen Nerf mehr auf dieses Thema. Wirklich nicht. Ich hab keinen wo davon. Im Anschluss ging es dann so richtig rund. Zuvor stand sie schon in der Kritik aufgrund der Gronkh-Thematik rund um Hogwarts Legacy und dann noch, weil sie Gamerin des Jahres wurde. Die Kritik verstehe ich bis heute nicht. Ich meine, sie hat ja viel gezockt. Daran ist dann auch nichts verwerflich, dass sie so einen Preis bekommt. Also keine Ahnung, warum man sich damit überhaupt aufregt. Vor allen Dingen sich an ihr abarbeiten in der Thematik kritisiert man. Das Gremium war halt dann eventuell so, aber... Aber egal. Nun wurde sie aufgrund der Aussage im Stream extrem kritisiert. Skiros meinte, dass das auch alles haltlose Behauptungen seien, was sie dort sagte. Und er ging ebenfalls dagegen vor. Danach kam eine Sache zur nächsten. Plötzlich wurde Shoyoka von allen Seiten kritisiert. Von allen Seiten nur Kuchen, die war auch tausend Videos. Ich würde auch behaupten, es hat sich ein eigenes Shoyoka-Game entwickelt. Kann das sein? Also ich habe ein paar Creator gesehen, die machen auch nichts anderes als Content zu ihr. Und ja, da gibt es genug, so dass man besprechen kann. Da kommt ja auch immer wieder Neues nach und alles so. Aber ja, das ist schon ein bisschen toll. Also, Kuchen ist alles sein. Ja, also... Das ist halt... Ich hätte den Atem gar nicht. Ich hätte das Interesse gar nicht so lange, mich mit einer Person zu befassen. Einfach wegignorieren so. Einfach wegignorieren. Ohne... Ich könnte jetzt auch jahrelang wahrscheinlich Content zu Random Kai oder zu T-Tech machen oder sowas. Aber mehr als ein Seitendieb oder sowas. Oder mal so ein Meme-Kommentar. So gibt es da auch nicht von mir. Und ich verstehe nicht, warum man da ja auf Jahrhunderte da draufhaut. Irgendwann juckt es doch keinen mehr, oder? Also, denke ich. Denke ich. Mich juckt es irgendwann nicht mehr so. Also, hätte jetzt keiner mehr ihren Namen erwähnt. Ich hätte vergessen, dass sie existiert. Aber ich habe auch einen Erbsen, der mir sowas geht, ey. Dann kam plötzlich Kuchen-TV ins Spiel und plötzlich rotierte das ganze Game. Nachdem Shuyoka von allen Seiten aus, aufgrund ihrer auch teilweise sehr merkwürdigen Argumente, kritisierte und gehatet wurde, schalteten sich nun auch Dara und auch Freiraum-Gree ein, um ihr den Rücken zu stärken. Und dadurch verlagerte sich nun das Game weiter und weiter. Ich denke übrigens außerdem, dass dieser Beef der größte war, den wir seit Jahren hatten. Teils war es am Anfang noch okay, aber mit der Zeit wurde es wirklich von allen Seiten immer toxischer. Plötzlich ging es nicht mehr um die eigentliche Thematik rund um diese Beschuldigung auf Skirros. Sondern es wurde nur noch gefrontet aufgrund von sämtlichen anderen Inhalten. Das Ganze ist wirklich so groß und komplex geworden, dass man das nicht mal mehr zusammenfassen kann. Dafür bräuchte es wirklich extra Videos in mehreren Teilen, weil das etliche Stunden Material von allen möglichen Seiten wäre. Also, falls da irgendjemand ist, der Bock auf Video-SS hat so und sehr viel, viel zu viel Zeit hat, dann kann man losrennen und einfach alles aufarbeiten. Alles, von allen Seiten. Damit kannst du deinen eigenen Account machen. Effektiv. Einfach alles dokumentieren. Auf diesem Punkt angekommen, dass sich Shoyoka so krass angegriffen fühlt, dass sie Twitch, YouTube und auch Twitter aufforderte, KuchenTV bannen zu lassen. Auf Twitch wurde KuchenTV übrigens tatsächlich gebannt. Auf Twitter für einen Tag. Und auf YouTube ist gar nichts passiert. Am Ende des Tages muss aber immer die Plattform entscheiden, ob sie jemand bannt oder nicht. Deshalb geht auch KuchenTV gegen die Plattform an sich vor. Auch andere Creator, ich glaube ein Nemesis, wurde auf Twitch für ein paar Tage gebannt, weil er die VODs von Shoyoka restreamt hat. Und das hat nun wiederum die Gegenseite von Shoyoka extrem getriggert. Und das Spiel um sie geht nun immer weiter und weiter. Ich persönlich finde es schon seit September, Oktober wirklich unfassbar anstrengend. Weshalb ich auch auf so gut wie gar nichts mehr drauf reagiere, beziehungsweise... Ich habe eine einzige Reaction zu der Thematik gemacht. Eine einzige Reaction. Und die Kommentare bereiten mir heute noch Kopfschmerzen. Das war diese Auseinandersetzung zwischen Shoyoka und Alicia Jo in Bezug zu Inklusivität bei Disney. Identität von Menschen mit Migrationshintergrund und LGBTQ und solche Geschichten. Da habe ich mich so geäußert, weil ich fand, da waren beide lost in der Thematik. Da habe ich eine Reaction gemacht, die sich jahrhundertelang so... Und auch da, und auch da sind diese... Ah, das war... Ah... Das war auch schon... Ah, nee. Anders anstrengend, so... Aber... Ich hätte da auch so viel Geld mitmachen können, ne? Und so viel Reichweite, so... Aber das ist mir alles zu blöd, ohne Witz. Einmal ein Video so, hey... Das lost so, und dann... Aber auch das habe ich gelassen. Es ist einfach nur... Es ist einfach nur anstrengend mittlerweile. Wirklich, also... Mir ist auch mittlerweile völlig egal, wer da im Recht ist, oder... Ich habe für beide null Empathie mittlerweile mehr. Also, wirklich... Ich wurde selber lange, lange gemobbt, so... Und ich habe so viele Menschen gekannt und auch mit Menschen zusammengearbeitet und versucht, denen zu helfen, wenn... Weil... Ja, kein Leben hat und da waren noch nicht viele Freunde, so... Und meist dann eher mit Menschen gechillt, die halt auch gemobbt wurden, so... Und... Ab einem gewissen Punkt, so... Ist das alles schon nicht mehr dieses typische Täter-Opfer-Geschichte, sondern einfach nur noch... Das geht übereinander über, so... Man... Man kann gar nicht mehr... Also, wer denn wo hier die Aggression und so... Das ist einfach so groß und so komplex, dass man da einfach nicht mehr, meiner Meinung nach, sagen kann, so... Ja, die... Der Arme, die Arme, wir müssen da jetzt, oder was weiß ich was... Nö... Also... Ganz ehrlich... Ich bin da komplett raus. So sollen die sich... Sollen die beide gegenseitig gebannt werden und in 10 Jahren wiederkommen und dann... Können die weitermachen oder sowas... So, aber das ist... Das ist ja mittlerweile deine eigene Content-Farm geworden, so... Beide... Wenn man es richtig... Wenn sie es... Wenn sie es beide ausnutzen wollen würden, so... Was sie tun könnten, so... Könnten die beide von dem Beef... Profitieren... Finanziell... Psychisch wahrscheinlich nicht... Psychisch würden die sich wahrscheinlich gegenseitig an die Wand fahren, so... Wenn ich nur diese... Ach, egal... Egal, ich würde dafür so wahrscheinlich auch schon wieder Hate kriegen, weil ich nicht... Auf einer Seite bin und auf der anderen Seite oder sowas... So, das ist alles... Das ist alles so absurd... Mein Gott, das sind erwachsene Menschen... Das geht mir so auf den Geist, ohne Witz... Ich habe mir mittlerweile die Lust, darüber noch zu berichten... Auf beiden Seiten passiert nämlich wirklich unfassbar toxischer Müll... Und allmählich ist das wirklich nur noch Kindergarten... Und darauf habe ich keine Lust mehr... Konstruktiv ist das Ganze auch schon lange nicht mehr... Man kann zwar sagen, jo, ich bin sachlich... Aber wenn man wirklich tausende Videos nur noch zu dieser einen Thematik macht... Dann fühle ich mich als Zuschauer nur noch gelangweilt... Und vor allem bekomme ich Kopfschmerzen bei dem ganzen Käse... Weil das wirklich extrem Lust ist... Ich denke wirklich, das wäre das Beste... Muss man an der Stelle wirklich sagen... KuchenTV ist halt wirklich an der Stelle zu einem One-Topic-Creator geworden... Der hat nichts anderes mehr, er gefühlt... In seinem News hat er immer noch mal was anderes ein bisschen hin und wieder... So, aber nichts anderes... Sonst kommt da nichts anderes... Ach gut, das klickt sich halt auch gut... Und seine Community hat richtig Bock da drauf so... Aber... Ey, das ist doch... Also ich... Mir wird das aus dem... Zwei Videos... Ne, und ich bin halt einfach anders... Ist auch okay... So muss ja jeder für sich selber wissen... Ich kann ja niemandem diktieren, wie er seine Videos zu machen hat... Noch bin ich nicht die Content-Polizei, so ne... Aber zwei Videos zu Random-Kai... Haben mir schon gereicht... So, der Kerl... Ich hab... Also gut, ich hab noch Reactions gemacht... Genug Reactions gemacht... Und da... Der stand es mir schon bis hier so... Äh... Ich könnt das nicht... So, so... 10, 20, 30... Ist das der... Wirklich nicht... Ich... Ich würde hier... Ich würde... Meine Tastatur zerbeißen... Wirklich... Ich würde verrückt werden... Wirklich komplett... Wenn beide Seiten einfach jetzt aufhören würden... So könnte man wenigstens in das Jahr 2024... Ohne Ibuprofen starten... Am 11. Juli diesen Jahres... Lut Steuerung F ein Video zu den Superreichen hoch... Und vergleichte den ökologischen Fußabdruck... Zwischen den Superreichen und den Normalos... Sie wollten halt einfach... Zwischen den Superreichen... Und Theo Strattmann... Aufzeigen, dass diese Superreichen... Mega viel CO2 verbrauchen... Im Gegensatz zu normalen Menschen da draußen... Und mit Theo Strattmann im Thumbnail... Und auch in der Reportage... Haben sie das perfekte Aushängeschild... Für Superreiche gefunden... Dieser provozierte nämlich mit Aussagen... Wie diesen hier... Söhn ist auch Söhn... Da muss man ja auch ein bisschen... Mit Präsenz kommen... Das ist ja jetzt... Wenn man da jetzt... Mit der Deutschen Bahn kommt... Das ist ja auch ein bisschen lächerlich... Ja... Spaß... Fuck, ist das heftig... Ich hab nicht gewusst, wie heftig das ist... Ist doch ein bisschen verschwenderisch... Wenn ich das jetzt einmal gegessen habe... Dann kann der Rest auch... So, ich brauche mal gar nicht so viel... So, einfach so einen kleinen Geschmacksteaser... Das reicht mir... Dann kann es auch weg... Wenn man jetzt hier so ein bisschen Kaviar weg... Cringe... Ich meine, das ist ja... Das ist ja eh nur Eier... Später hat sich aber herausgestellt... Dass der Typ doch ein ganz schöner Schnacker ist... Sein eigener Vater... Mit dem er übrigens schon seit Jahren... Keinen Kontakt mehr hat... Sagt ebenfalls... Dass er sich wundert... Woher er denn das ganze Geld habe... Zumindest tut er ja so... Als wäre er mega reich... Und generell ist mittlerweile bekannt... Dass er ja eigentlich nur provozieren möchte... Der Typ ist nämlich gar nicht so reich... Wie er sich eigentlich gibt... Und erst recht ist er kein Superreicher... So wie er bei STRG F dargestellt wurde... Theos Strategie war halt einfach... Mit seinem Verhalten so aufzufallen... Dass er sich auf Instagram... Und auch im Social Media Bereich... Einen Namen macht... Aufgrund diverser Inhalte wie diesen hier... Es haben sich mega viele darüber aufgeregt... Ey Theo, du bist verschwenderisch... Du gießt deine Blumen mit Champagner... Und darauf wollte ich einfach mal... Eine kleine Stufe runterfahren... Und mir einfach mal... Ein schönes Gewäschen... Auf den Freitag einschenken... Schönes Wetter runter... Wie der schäumt... Oh, sorry... Das war jetzt natürlich... Einen schönen Freitag euch... Später wurde er dann von allen kritisiert... So Grumps genommen... Und seine Strategie ging auch auf... Und er machte dadurch... Viele Follower auf Instagram... Und ja, was soll man sagen... Eine Zeit lang drehte sich wirklich... Sehr, sehr viel auf YouTube... Das hat echt ein RTL-Programm... Er war super provokant... Sehr kritisch... Und ein offensichtlich... Ziemlich guter Troll... Am 28.11. sind gleich zwei... Sehr einschneidende Ereignisse passiert... Zum einen hat Leroy... Sein Ende bekannt gegeben... Nachdem er... Der wohl legendärste... Karriere-Rage-Crit ever... Ohne Witz... Ohne Witz... Das war... Der legendärste... Rage-Crit ever... Hecht... Also... Ja... Ja... Die er ja auch früher kritisch eingeordnet hätte... Also er ist seinen eigenen Standard ja nicht mal gerecht geworden... Die hätte... Die Dinge, die Leroy da... Ne... Stehen gelassen hat... Die hat... Hätte er ja früher selber auch kritisch hinterfragt... Und eingeordnet... Hat er einfach nicht mehr gemacht... Weil er ist ja nicht mehr bei Funk... Und dann... Anscheinend... Anscheinend war Funk dann doch das letzte... Quäntchen-Qualität... So... Was... Was... Wild ist... What the hell... Ich wünsche dir eine wunderschöne... Eine wunderschöne gute Nacht... Und einen guten Rutsch ins neue Jahr... Äh... Also... Er merkt... Es waren wirklich sehr viele Dinge... Die man an Leroy kritisierte... Die Zuschauer wollten eigentlich bloß ein Statement... Dass er diese Kritik überhaupt wahrnimmt... Dazu die Fehler einzieht... Und sich einfach bessert... Leroy entschied sich aber in seinem Statement-Video... Einfach aufzuhören... Außerdem ging er dabei noch auf verschiedene Kritikpunkte ein... Die er auch selbst einst sah... Viele Punkte ließ er aber offen... Und frontete in diesem... Alle... Alle... Relevanten Punkte ließ er offen... Ja... Ihr habt mich für AfD kritisiert... Für den AfD... Ich kann Sachen einordnen... Ja... Das... Das haben wir uns alle gedacht... Du hast es nur nicht gemacht... Und nicht hochgeladen... So... Das war die Kritik... Wollte halt neutral... Ja Bruder... Das war nicht die Kritik... Äh... Nur hat die Kritik bestätigt... Dass sie relevant war... Und dann mit dem... Mit dem Tierschützer... Also... Das war halt auch Strom an die ganze... Es ist was... Ich krieg schon wieder Schrauben... Ich krieg schon wieder Schaum... Ich krieg schon wieder Schaum vom Mond... Oh ne Witz... Video noch ein Rezo... Oder auch ein Montana Black... Aufgrund der Reactions... Vor allen Dingen... Vor allen Dingen... Das ist auch so frech... Das hab mich so aufgeregt... Das hab mich auch so aufgeregt... Du hast zwei Leute... Zwei Leute... Die keinen... Originalen Content... Zu der... Kritik von Leroy gemacht haben... Sondern... Nur auf... Kritik Videos reagiert haben... Und er arbeitet sich an den... Leuten... Die reagiert haben... Und nicht an den Urhebern... Ab... Also an... Der Quelle... Auf die... Die Reaktion aufbaut... So... Ja... Also... Talking about... Strom an... Alter... Er war so frech gewesen... Und die Leute... Und die Leute... Da hat's den voll gegeben... So... Das sind halt die... Die einfach nur an der Seitenlinie stehen... Und klatschen... Wenn da irgendjemand sich streitet... So... Denen geht's auch nicht um... Eine sachliche Auseinandersetzung mit Themen... Sondern einfach nur... Wer ist hier gerade der gemeine Böse... Und wer haut da zu... So... Das ist halt dumm gewesen... Unglaublich dumm... Dieser ganze... Diese ganze Retorte von... Die Warriors... Ach nee... Ach... Alter... Der Einzige der verblödet ist... Das bist wirklich du Bro... Die allermeisten wissen aber... Was dort alles passiert ist... Deswegen möchte ich das jetzt... Gar nicht so krass zusammenfassen... Man kann aber durchaus sagen... Leeroy mehrere Monate YouTube Deutschland einnahm... Und es definitiv ein großer Bestandteil von YouTube 2023 war... Außerdem hat Gil Ofachim seine Lüge gestanden... Er hatte ja behauptet... Dass ein Leipziger Hotelangestellter meinte... Er solle doch seinen Judenstern einpacken... Ich weiß... Ich bin da sprachlos... Ich weiß nicht wie ich's sagen soll... Auf dem Gehsteig vor dem Hotel West in den Leipzig... Schildert er... Wie er versucht habe dort einzuchecken... Wegen technischer Probleme am Schalter... Habe sich eine Schlange gebildet... Kann passieren... Alles gut... Kann passieren... Dann aber seien Menschen... Die hinter ihm in der Schlange standen... Von einem Hotelangestellten vorgelassen worden... Es sei zum Streit gekommen... Ofachim wirft dem Hotelmitarbeiter Markus W. Antisemitismus vor... W. Habe Ofachim aufgefordert... Sag mal das so frech, ey... Der Schadenstern zu verstecken... Bevor er einchecken dürfe... Wirklich? Vorher habe ich von dem Kerl noch nie gehört... Deutschland 2021... Das Ganze hat sich übrigens als Lüge herausgestellt... Durch diese Lüge... Und der Jüdische Community... Und der Jüdische Community... Und der Jüdische Community... Einen Mädchenschwarm in der Branche... Echt? Ich habe von dem wirklich... Vorher noch nie gehört... Noch nie... Und also... Der ist halt... So irrelevant wie er kommt... So... Ich habe noch nie von dem gehört... Und... Die ganze Nation hat über den gesprochen... Und er ist einfach... Er geht einfach in die Geschichte... Als der dreisteste Lügner ever ein... Cool... Johnny Depp auf Wisch bestellt... Auf unsympathisch angelehnt, ja... Protestierte... Das Video erregte bundesweit Aufsehen... Gestern Abend versammelten sich hunderte Menschen vor dem Hotel... Um ihre Solidarität mit dem Musiker und jüdischen Menschen auszudrücken... Zu guter Letzt kam dann am 15. Dezember... Ein Video von Carina Push online... Bei welchem sie zeigte... Carina... Dass sie gegen ApoRed den Prozess gewonnen hat... All die Zeit hat also ApoRed... Rund um diese Thematik gelogen... Und sie unberechtigterweise als Täterin bezeichnet... So frech... Einen Tag später... So unglaublich bodenlos... So unglaublich bodenlos... Die sagt... Also ApoRed einfach wirklich... Wirklich einfach nur... Ein absolut schrecklicher Charakter... Auch Mimi ein Video gegen ApoRed hoch mit der Entschuldigung 10... Und dort wurden nochmals sämtliche Lügen aufgedeckt... ApoRed hatte dabei nicht nur seine Community belogen... Sondern auch ehemalige Kollegen... Und auch derzeitige Kollegen... Damals dachte ich auch... Aber recht schrecklicher Mensch... So ein Stück weit übertreibt... Aber ehrlich gesagt... Hat er genau das Richtige gemacht... Carina mit seinen Videos stets den Rücken gedeckt... Während viele Leute stellenweise auf ApoReds Seite standen... Ich bin froh, dass nun dieses Ergebnis steht... Da man nun nicht mehr sagen kann... Dass Carina sich alles ausdenkt... Um Red irgendwie schaden zu wollen... Red ist also nun nachweislich... In Bezug auf die Carina-Thematik... Ein jahrelanger Lügner gewesen... Und wer ihm jetzt noch irgendetwas glaubt... Der ist nach meinem Empfinden... Ein extrem naiver Mensch... Da dieser Vorfall noch extrem frisch... Evelina unterstrich 92 unterstrich... Ich kann immer noch nicht glauben... Dass ApoRed gelogen hat... Er ist doch sonst immer so ehrlich... Ja und er ist ja auch so gläubig... Deswegen kann man sich gar nicht vorstellen... Dass er... Vielen Dank für die 100 Bits... Der ehrliche Hase... ApoRed lügt, wenn er lügt... Das ist so schlimm... Sogar seine Lügen sind gelogen... Ja also... Das ist halt... Der Kerl lügt nur... Nur ist... Und ich das auch nicht alles zu 100%... Hier wiedergeben kann... Empfehle ich euch die Videos von Carina und Mimi anzuschauen... Diese sind nicht nur Gold wert... Weil das auch unterhaltsam ohne Ende ist... Nein, es zeigt auch einfach die Ernsthaftigkeit... Hinter der Thematik... Und was hinter den Kulissen stattfand... Ich denke aber nun, dass wir den Großteil der Beefs und Skandale von diesem Jahr abgedeckt haben... Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Thematiken ich noch in dieses Video hätte einbinden können... Und wenn ihr solche Videos feiert und up to date bleiben wollt... Dann lasst super gerne ein Like und ein Abo auf diesem Kanal da... Würde mich riesig freuen... Checkt außerdem die On-Top-Aktion von JustLegends ab... Wie gesagt, bei einem Bestellwert von 80 Euro... Bekommt ihr den... Hat Alpha Kevin eigentlich dieses Jahr... Der hat dieses Jahr die 200.000 Follower geknackt, oder nicht? Der hat doch letztes Jahr noch 190.000 oder sowas gehabt... Also als ich anfing, regelmäßig seine Videos zu sehen und darauf zu reagieren... Hatte der sogar noch 180.000 oder so, meine ich... Mich zu erinnern... Der hat doch dieses Jahr... Oder nicht? Oder ehrlich nicht? War auf jeden Fall ein gutes Video... Hätte ich auch machen können und dann sollen... Solche Formate sind eigentlich immer... Die ziehen eigentlich immer gut... Beziehungsweise sind die leicht gemacht und machen Spaß... Vor allem, weil man sich ja in der Vergangenheit auch schon zu diesen Themen geäußert hat... Und dementsprechend auch im Thema drin ist... Ja, war ein gutes Video... Guter Jahresumplik... Alle Beefs... Alle relevanten Beefs... Natürlich hat er mein Beef vergessen... Das ist schade... Aber der passt auch einfach nicht in die Größenordnung... Einfach gar nicht... Ich hatte zwei Beefs... Ich hatte zwei Beefs... Den mit T-Tag... Aber das war auch ein kurzer Beef... Und der passt dann auch nicht in die Größenordnung... Das ist halt einfach noch ein anderes... Anderes Spielfeld... Das waren zwei Inrichte und keine Beefs... Oha... Beide gewonnen... Also es war halt... Es war halt nicht viel mit Gewinn... Das war halt... Das war halt eine Shitshow... Wenn man mal guckt... Wie schnell Trey gewachsen ist... Der Kanal hat sich halt auch schon... Also... Letztes Jahr... Anfang Dezember hatte ich 1200 Abonnenten... 1100 Abonnenten... Und jetzt... Kratze ich an die 15.000... Das ist krank... Das ist halt wirklich völlig krank... Und ich versuche mir... Das immer wieder vor Augen zu halten... So... Ähm... Ja... Noch... Noch... 31 Follower... Dann habe ich 15.000 Follower... Das ist krank... Das ist krank... Untertitelung des ZDF, 2020